Also was sind so die beliebtesten Verschwörungstheorien und was sind die Verschwörungstheorien, an denen die meisten Leute glauben? Christel, hast du aus der Luft gegriffen? Also aus meiner DISS gegriffen ist es so, dass die bekannteste ist, dass im Bermuda-Dreieb überzufällig häufig Flugzeuge und Schiffe verschwinden. Wieso ist es eine Verschwörungstheorie? Naja, weil auch dahinter eine Vertuschung vermutet wird bei einigen Autoren. Die Verschwörungstheorie mit der höchsten Zustimmung ist, dass unterschwellige Werbung existiert. Also es gab ja diese ominöse Trink-Cola-ist-Popcorn-Studie, die es ja nie gegeben hat in Wirklichkeit. Die geistert aber immer noch als Warum und das wird von knapp 70 Prozent der Befragten geglaubt. Und ansonsten, was glauben Menschen noch, dass die USA wegen Öl im Irak einmarschiert sind? Menschen glauben, dass Kennedy nicht von einem Einzeltäter erschossen wurde. Sie kennen sehr viel die Theorie, dass Diana von Wales nicht bei einem Autounfall starb, sondern dass es sich dabei um einen Attentat hielt. Und so geht das so ein bisschen auseinander zwischen Bekanntheit und Zustimmung. Massiv zum Beispiel bei der Holocaust-Leugnung, das kennen über 90 Prozent der Befragten, aber nur 4 Prozent stimmen dem zu. Also es gibt... Eigentlich ist es beruhigend an der Stelle. Es ist sehr beruhigend insofern, als dass mehr Menschen glauben, dass die Erde von innen hohl ist und dort eine Zivilisation lebt, als dass Menschen glauben, dass es keinen Holocaust gegeben hat. Das war auch überraschend, aber gut. Meine ganz persönliche Frage. Gibt es während deiner Recherche eine Verschwörungstheorie, wo du wirklich mal kurz gezuckt hast? Wo du gesagt hast, vielleicht ist da doch irgendwie was dran? Also es gibt drei, die ich persönlich glaube und eine, wo ich gezuckt habe. Ich mache es in Kurzfassung. Die drei, wo ich persönlich glaube, dass die stimmen, ist Robert Kennedy, JFK, Johannes Paul I. Das sind die drei, wo ich sage, das glaube ich. Sag ganz kurz... Robert Kennedy wurde nicht von einem Einzeltäter erschossen, JFK wurde nicht von einem Einzeltäter erschossen, Johannes Paul I. starb nicht glückselig in seinem Bettchen. Wo ich echt geschluckt habe, war bei einer ganz anderen Sache, nämlich, dass die Auspuffrohre von Autos nicht mit rostfreiem Stahl versehen werden, damit die Automobilindustrie mehr Auspuffe verkaufen kann. Da habe ich gedacht, total banal, schreibst du die fünf größten Autokonzerne an, sagst, das ist die DISS, sagt einmal ganz kurz, dass das nicht stimmt, dann habe ich was Zitierfähiges. Und dann passierte nichts. Und dann kam von einem Konzern zurück, Betriebsgeheimnis, sagen wir nichts zu, und von einem anderen, wend dich bitte an unsere Konzernzentrale in Japan. Spannend, okay. Das muss man dann erstmal so stehen lassen. Ja. Spannend, okay. Ja. Vielen Dank.